. Genau für sie hat er sich... Nein. Warum? Warum hat er das gemacht? Nein, wirklich nicht. Für ihre Sünden, bitte. Du bist Gebeneteit unter den Frauen. Und Gebeneteit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Hier lege ich mir die Muttergottes. Die Wandermuttergottes, schauen Sie. Zeigen Sie mir mal, was die Muttergottes hinstellen wollen. Ach, wie flüchtig, ach, wie nichtig Ist der Menschenleben Wir schwören dir unsere Treue in diesem Wind. Amen. Wir schwören dir, dass Österreich wieder katholisch wird. Amen. Was? Hat doch deine Familie rausgeschmissen. Bitte. Nein, du bist alles böse aus deinem Herz. Ah! 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 Untertitelung des ZDF, 2020